ich kenne mich doch in dem spiel hier nicht aus ich bin froh dass ich überhaupt irgendwas geschissen bekomme und jetzt habe ich gelabert und habe gar nicht bemerkt wie weit ich schon bin 12 gleich mal fresse halten wenn es da jetzt umsonst ist was ich da mache dann ist aber auch es sich so die nächste flache der kommt beziehungsweise das nächste mal wenn ich nach oben steigen jetzt das ist der letzte ja und da ist es da ihr seht wusste doch hier dass hier so ein fucking exit ist es war so klar weil sonst dieses sonnending macht einfach keinen sinn ach das war's pretty good so ach genau und zocken wollte ich noch also für mich privat hier ist es doch nur noch ein leider so wie es aussieht okay gut das heißt ich muss dieses ding wieder bis hier hinten hin tragen hier gibt es jetzt auch noch verschiedene gänge oder was hier gibt es jetzt auch noch verschiedene gänge oder was so aber das sieht ja schon mal ganz gut aus guck mal hier der schlüssel boah da geh ich jetzt direkt zurück mit boah ich geh oben lang das ist mir lieber als da unten drüber zu springen ach nee ach die kann mir hier unten rumschieben hier ist anscheinend keiner habe ich den anderen nicht kaputt gemacht doch den ich doch weiss schon nett so so bin ich direkt zum richtigen gegangen ey so, was haben wir denn hier? ein Pokal so, welche ist das jetzt? F H okay dann kann ich das ja schon mal hier von meiner Liste weg streichen Berninski sag ich da mal so, jetzt müssen wir noch den Rest hinkriegen ähm machen wir mal das hier äh ne, das sieht falsch aus obwohl, ich weiß ja nicht wie es hier unten ist ach komm ähm ähm okay guck zu böse oh, ein Fliegedingsel okay jetzt ist hier wieder Wasser an aber das brauchen wir auch warum wieder? warum wieder? das brauchen wir um halt wieder zurück zu kommen gut dann ich denke mal das hier ist das letzte ne müssen wir doch noch hier in die Mitte wow haha okay, da müssen wir dann doch unten das aktivieren das was wir auch als erstes aktiviert haben das da damit wir Wasser haben ja sehr gut wir haben hier auch kein Wasser aber hm aber warum bin ich denn eben grad nicht weitergegangen? kann mir das mal einer erklären? ich hole mir jetzt nix ich hole mir jetzt nix ach genau das war wie hier ich bin weitergegangen glaube ich ich weiß es nicht ähm jetzt müsste hier Wasser sein oder? aber warum ich das ganze jetzt hier getan habe weiß ich auch nicht oder ist jetzt hier in der Mitte was frei geworden? ne ne dann muss ich doch nochmal nach unten wut wut das bestimmt wieder die Gruppe von unserer Klasse die sich jetzt irgendwie wieder bepisst vorlachen weil unsere Deutschlehrerin wieder nicht kann oder so keine Ahnung oder ist der Dennis der mir irgendwas mitteilen will nicht hm hm wo muss ich denn hin verdammt wo bin ich denn nicht weitergelaufen? war das hier unten? hm ich bin mir da jetzt nicht so ne dann war das oben oh Gott ach guck mal hier ist ja auch noch was aha für mich war das ne ganz komische Map bei mir war nämlich unten einfach so ein kurzer Übergang da irgendwie mehr auch nicht ok ähm es ist schön dass wir das jetzt noch in der Zeit geschafft haben ähm gut dann sind wir hier durch das ist äh schön trotzdem will ich jetzt noch nicht nach dem ähm Schatz D suchen hier jetzt hier nach unten zum Schiffchen und wir hier mal das zweite Level gucken was hier so auf uns wartet kann man hier nach unten was bist du denn für einer Harpunenmensch okay da gibt's nix zu holen ja Fliegedings die hab ich selbst boah das ist so groß nö ach hätte ich auch drauf kommen können ey oh ihr Harpunen Wichser aus mir schon Ruhe oh ich mag das nicht wenn da unten so Ende ist ach ich muss zurück vielleicht ist da ein Schlüssel drin wo wo ne kein Schlüssel kein Schlüssel für die Julian auch kaputt gemacht und da ist Ende und das will ich nicht mit hier noch irgendwas hier noch irgendwas ja ich freu mich schon voll aufs Abendessen heute hab mir nämlich gestern ähm so Stecks guten Stecks geholt mit äh Knoblauchmarinade jam 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 und dass der denn es nicht da ist ist nicht dass der mir das wegfuttern würde äh sondern nach Knoblauch kriegt man ja gerne und ich tu das anscheinend sehr penetrant irgendwie keine Ahnung jedenfalls war das nachdem wir bei uns ähm aha ok da brauchen wir dieses den Helm womit man sich festkrallen kann töten kann man hier auch nicht äh wo wir hier bei mir im Dorf bei dem Restaurant waren doch ich will das nicht haben ähm das kommt da nicht hin da hab ich mir auch irgendwie ich hab irgendwie auch so ein Poopesteak bestellt war das glaube ich ähm ähm und da war auch ne Knoblauch Soße bei und die war anscheinend sehr heftig aber mir hat sie lecker geschmeckt was ist ist da und wofür ja 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 ich wollte schon sagen hier muss doch irgendwo was sein können mich da doch nicht so oh Gehe ich nochmal zurück, oder nicht? Ich brauche so einen Helm. Das geht auch gar nicht weiter und viel. Ah, doch kein Helm. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass da jetzt einer drinnen wäre. Nun gut. So komme ich da glaube ich gar nicht hin. Boah, dieses Ding da draußen, ne? Irgendwo habe ich einen liegen lassen. Weil ich mir gedacht habe, ne, so duft bist du nicht. Da ist er doch. Den brauchen wir nämlich. Um da rüber zu kommen. Hätte ich mir den doch bloß direkt mitgenommen. Dann wäre ich jetzt nicht so hier unter Zeitdruck. Komm schon. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel da noch kommt. Und ich weiß auch nicht, was da kommt. Tschiging! Ne, ich will, ich will das kaputt machen, ne? Es hätte ja noch ein München drin sein können. So, warte mal hier. Große München. Nehme ich das mit? Zwischenspeicher. Nicht dein Ernst dafür. Aber gut, wir haben nur große Münze bekommen. Na gut. Wenn ich es jetzt noch, ja, bis zum Ende schaffe, bin ich zufrieden. Sollte aber machbar sein. Komm, jetzt geh da rein. Okay. Okay. Machbar sein.